In Niedersachsen steckt so viel. Wir Freie Demokraten wollen die Chancen, die in unserem Land stecken, nutzen. Wir wollen das Land modernisieren. Und um das zu erreichen, müssen wir investieren. Zu lange hat man zugeschaut, wie die Infrastruktur des Landes verfallen ist. Und deshalb wollen wir in die Hochschulen investieren, wir müssen in die Schulen investieren und wir müssen in das Gesundheitswesen investieren. Und dabei geht es immer darum, den Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu leben und es tatsächlich auch in der Zukunft attraktiv zu machen, in Niedersachsen zu leben. Und besonders wichtig ist uns, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, in denen neue Ideen entstehen. Und dafür wollen wir die Hochschulen stärken, um dann auch aus den Hochschulen heraus neue Ideen zu entwickeln, von denen dann auch wiederum die niedersächsische Wirtschaft profitiert. Wir wollen die Rahmenbedingungen für Startups verbessern, damit sie in Niedersachsen ihre Ideen entwickeln und auch realisieren. Und damit am Ende eine Wertschöpfung schaffen, von denen ganz Niedersachsen profitiert. Mit einer echten Digitalisierung machen wir den Staat bürgerfreundlicher und flexibler. Um all diese Themen geht es bei der Landtagswahl im Oktober diesen Jahres. Auf ins Neue!